Sag mal, du hast nicht zufällig noch eine Kamera bei dir dran, oder? Dass ich dich auch mal sehen kann? Nee, das sind einfach nur zwei stumpfe Bildschirme. Ja, okay, schade. Also, ich kann dir auch einfach ein Bild von mir schicken, wie ich so rumhänge, und das kannst du dir dann vor dem Bildschirm hängen, weil ich bewege mich eh nicht, also. Also, so ein Scheißkalade, er kann sich doch keinen Schwanz... Ja, und mit denen... Mit Worten, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Unsere Marmelade. Daniel, wir haben übrigens Jubiläum, das haben wir verpasst, das war... Der letzte Podcast war unsere zehnte Ausgabe, das ist jetzt die Nummer 11. Ach du Scheiße, keiner hat einen Kuchen mitgebracht. Hast du irgendwas Neues gesehen oder gelesen oder gezockt oder was, über das du sprechen möchtest? Ich hab seit dem letzten Podcast gar nicht so viel gesehen. Ich hab mir die zweite Staffel Dark angeguckt, die ist jetzt auf Netflix rausgekommen. Ich glaub, wir haben die nächste Woche. Nice. Ich kenn nur die erste und fand die sehr, sehr geil. Ja, und ich mochte Dark auch, wobei ich Angst hatte am Ende... Dass es Bullshit wird. Ja, dass die halt... Also, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt von der Serie erzählen kann, ohne zu spoilern. Ja. Also, ich weiß nicht, wie bekannt das ganze Konzept ist, worum es in Dark überhaupt geht. Also, ich glaub, die erste Staffel können wir spoilern, oder? Also, ansonsten sei jetzt jeder gewarnt, der das noch nicht gesehen hat, dass wir jetzt spoilern. Genau. Also, jetzt auch nicht heftig, sondern nur die erste Staffel. Ja. Aber ich dachte... Also, die Probleme, die ich mit Dark in der ersten Staffel hatte, waren zum Beispiel schon, teilweise bei den drei Zeitsträngen überhaupt durchzusehen, wer wer ist. Also, weißt du, welcher Junge, welcher Alte dann später ist. Mhm. Boah, das sind ja auch ein paar Charaktere. Ja. Und als sie dann... Ich glaub, das ist ja sogar die letzte Szene in der ersten Staffel, wo Jonas dann halt in der Zukunft dann aufwacht. Ja. Ich dachte ihm so, wenn sie jetzt noch einen vierten Zeitstrang aufmachen, ey, dann geh ich hier komplett kaputt. Aber das ist doch auch irgendwo das Geile an Dark, oder? Dass es so kompliziert ist. Ja, und vor allen Dingen, also, in der zweiten Staffel ist es dann so, dass sie sich da dann ein bisschen mehr zurückhalten, was jetzt den Zukunftsstrang jetzt angeht, sag ich mal. Deswegen geht das auch und deswegen war meine Angst ziemlich unbegründet. Okay, ja. Aber ja, ich muss sagen, die zweite Staffel Dark, ich fand sie richtig, richtig geil. Ich fand sie sogar noch geiler als die erste. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig Hype drauf. Ich glaub aber, ich guck mir das erst an, wenn die dritte Staffel dann auch draußen ist, weil das soll dann ja abgeschlossen sein. Ja. Weil ich jetzt schon, also ich weiß jetzt schon nur noch die Hälfte von dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Und ich müsste jetzt, um mir die zweite Staffel anzugucken, nochmal komplett die erste Staffel gucken. Und ich weiß, wenn die dritte Staffel rauskommt, werde ich auch die Hälfte von den ersten beiden komplett wieder vergessen haben. Ja. Deswegen will ich echt lieber warten und gucke mir das dann in einem Rutsch an. So habe ich nämlich damals auch die erste Staffel geguckt, die habe ich an zwei Tagen durchgeschaut. Und ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Serie irgendwie so langgestreckt zu gucken, weil du musst einfach so sehr dranbleiben, dass du sonst einfach die Hälfte vergisst und überhaupt nicht hinterherkommst. Ja, also das hatte ich am Anfang von der zweiten Staffel auch, dass ich teilweise gar nicht mehr wusste, wer jetzt überhaupt, wer ist. Ja. Aber das kam dann relativ schnell wieder. Aber ja, also ich kann Dark auch nochmal jedem wärmstens empfehlen, der halt auf so Mystery-Zeug steht und der auf das Gefühl steht, eigentlich gefühlt fast nicht zu verstehen, weil das alles komplett abgedrehte Scheiße ist. Ja, aber das ist ja, das Spannende ist ja bei der Serie, dieses Mysterium auch selber zu entschlüsseln, so nach und nach, ne? Ja, und irgendwie ist das halt so geil in der zweiten Staffel, dass eigentlich immer mehr Informationen dazukommt, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass das eigentlich noch viel mehr Fragen aufmacht, so. Ja. Und das ist halt durchgängig und wirklich gefühlt jede Szene in der zweiten Staffel ist wichtig, damit du überhaupt verstehst, was gerade passiert. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du sagst, dass sie richtig gut ist, die zweite Staffel. Ähm, ich hatte nämlich so ein bisschen Angst bei dem Ende von der ersten Staffel, als sie dann in die Zukunft kommen, dachte ich so, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht so, dass sie eigentlich, also dass sie nur die erste Staffel geschrieben haben und keinen richtigen großen Plan haben, wie es weitergeht, dass es das dann zu so einem Lost-Ding entwickelt, weißt du? Ja, ich meine aber, dass sie komplett, also es basiert ja glaube ich sogar auf Büchern, ähm, und ja genau, es soll drei Staffeln geben und soweit ich weiß, waren die schon komplett geschrieben, bevor sie angefangen haben. Genau. Und das merkst du halt auch, dass da komplett das Konzept hinter ist, also in der zweiten Staffel zumindest. Okay, ja, das war einfach eine Info, die mir an der Stelle echt gefehlt hatte, so. Und da hatte ich halt echt Schiss, weil ich dachte, alter, jetzt mit sowas irgendwie, wenn du da keinen richtigen, gut durchdachten Plan hast, wird das spätestens ab der dritten Staffel komplett in die Hose gehen, sowas. Ja. Aber dann ist die Angst ja echt unbegründet, das ist echt cool. Ja. Ähm, und man muss ja auch sagen, ne, es ist eine deutsche Serie und ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals sowas geiles, deutsches produziert gesehen hab. Und ich muss auch sagen, dass ich halt diesen deutschen Flair, sag ich jetzt mal, also von dieser Kleinstadt alleine, ähm, dass ich den ziemlich geil finde irgendwie. Weil ich kann mich irgendwie halt mehr damit identifizieren als mit irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, so. Ja. Ja, es ist auch einfach mal eine schöne Abwechslung, ne. Im Gegensatz zu diesem ganzen Main-Steven-King-Kram, zu dem wir ja gleich noch kommen wahrscheinlich. Ja, und es ist auch mal eine nette deutsche Abwechslung im Vergleich zu, ich weiß nicht, das einzig deutsche, was ich kenne, ist entweder Michael Bulli-Herbig-Filme oder Tatort, gefühlt. Ja, wobei ich auch sagen muss, so in den ersten drei Folgen von Dark, ähm, da hab ich echt ein bisschen gebraucht, um da so reinzukommen. Weil ich fand, die ersten drei Folgen haben sich sehr deutscher Krimi-mäßig angefühlt. Von der ersten Staffel. Ja. Ja, da verschwindet ja zuerst, glaub ich, nur der Junge, ne. Genau. Da geht's ja zuerst gar nicht darum, eine Zeitreise so. Genau, und dann suchen sie ihn die ganze Zeit im Wald und bla und an der Schule und da hab ich schon sehr diese Tatort-Vibes bekommen. Aber das hat sich dann auch recht schnell so gelegt, ab dem Punkt, wo du gecheckt hast, okay, es geht hier um Zeitschleifen und so ein Kram. Und dann wurde's auch richtig, richtig geil und ich muss echt sagen, Dark, also hab ich lange auch nicht geguckt, weil ich irgendwie nicht so wirklich wusste, was ich davon halten soll, aber war ich auch sehr, sehr begeistert von der ersten Staffel, muss ich wirklich sagen. Ja, ich muss auch sagen, so eine Sache, die mir halt ein bisschen aufgefallen ist, die jetzt eigentlich nicht stört, aber halt so nochmal so in dieses deutsche Serien-Ding so reinfällt, ist, dass teilweise die Dialoge so ein bisschen theatermäßig klingt, hab ich das Gefühl. Ja, ja, ja. So irgendwie, wo ich mich frag, okay, wird das jetzt wirklich ein, also ein normaler Deutscher so in einem Satz so sagen? Und teilweise ist das immer ein bisschen komisch, so, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Ja, ja. Aber, ich weiß, was du meinst. Das kann man, das kann man auf jeden Fall verkraften. Ja, voll, also bei dem, das Konzept ist halt einfach so krass und so gut durchdacht, ähm, dass das alles wieder gut macht, was irgendwie die Serie an Negativpunkten hat und außerdem ist die Serie auch super gut produziert, sieht mega geil aus und einige von den Schauspielern finde ich auch richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, ob du dich an die Schauspielerin erinnerst in der ersten Staffel, in einem Strang, der in der, also weit in der Vergangenheit spielt. Ich glaube, das war der, der Zeitstrang, der am weitesten zurück ist. Da geht's um so eine Frau, die hat so ein rotes Kleid an, die neu in diesem einen Haus einzieht. Ja, ja, ich weiß nicht. Die Schauspielerin, ähm, Antje Trauer, finde ich mega geil, die spielt auch bei Man of Steel mit, übrigens. Echt? Ja, die spielt, die eine, ähm, Gefolgsfrau von General Zod. Weißt du, die, 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 äh, mit den kurzen schwarzen Haaren? Ja. Das ist die. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, genau. Und die finde ich halt mega geil, Antje Trauer, weil die das so nach Hollywood geschafft hat. Ich weiß nicht, ob du Pandorum kennst, diesen Science-Fiction-Horror-Film, da hat sie auch die Hauptrolle und so. Also, da habe ich mich sehr gefreut, als ich die in Dark gesehen habe. Ja, ich finde das auch ziemlich geil, einfach mal eine deutsche Serie so erfolgreich zu sehen. Also, über die Grenzen von Deutschland hinaus. Ja, voll. Würde mich auch mal interessieren, ob die irgendwie groß erfolgreich in den USA läuft, die Serie oder so. Also, ich habe gehört, dass zum Beispiel, also, dass die international ziemlich erfolgreich sein soll und dass zum Beispiel hier Chloe Grace Moretz damals geschrieben hat, dass sie sich das anguckt und dass das jeder sehen sollte. Okay, geil. Weil, also, das findet auch schon einen relativ großen Anklang dann bei, also, Chloe Grace Moretz ist jetzt natürlich keine AAA-Schauspielerin, aber ist schon ein bekannter Name so. Und vor allen Dingen, wenn die das irgendwie auf Instagram postet oder so und gucken sich die ganzen Mädchen das an, so. Ja, ähm, naja, kann man ja vielleicht gucken, ob das irgendwie doch ein paar von den Schauspielern aus der Serie ein gutes Sprungbrett ist rüber nach Hollywood. Wäre auf jeden Fall schön. Ja, es muss mehr deutsche Schauspieler geben als Christoph Waltz. Ha, der ist nicht mehr deutsch. Daniel Brühl. Ja, mein guter... Den gebe ich dir, den gebe ich dir. Ich habe, ähm, auch sehr wenig gesehen in letzter Zeit. Und zwar der einzige Film, den ich wirklich gesehen habe, ist, ähm, Hidden Figures. Das war lustigerweise auch das erste Mal, dass ich mir einen Film bei Amazon ausgeliehen habe, also digital, online so. Ähm, ich weiß nicht, ob du von dem, hast du von dem Film schon mal gehört? Ähm, ich, ist das das mit den Dienstmädchen? Nee, ne? Nee, das ist, ähm, da geht es um drei schwarze Frauen, die bei der NASA arbeiten Anfang der 60er Jahre. Dann nicht. Also, den Titel kenne ich, aber ich weiß nicht, worum es geht. Ja, genau. Also, ja, eigentlich ist das die ganze Story. Das sind halt drei schwarze Frauen in den 60ern, die halt bei der NASA arbeiten. Geht halt um diese ganze Story von der NASA. Oh, wir müssen jetzt schneller irgendwie die Leute ins Weltall schießen als die Russen. Und noch dieses ganze Apartheidsthema kommt natürlich auch noch mit rein, weil das da ja auch noch ein großes Ding war, was irgendwie echt krass ist, weil man überlegt, so die 60er, das ist noch nicht so lange her eigentlich. Vor allem, wenn man überlegt, okay, wir haben zu der, oder es wurde zu der gleichen Zeit Leute ins Weltall geschossen, zu der Schwarze und Weiße noch getrennt im Bus sitzen mussten. Ja. Das ist irgendwie echt heftig. Das ist ganz dämlich auf jeden Fall. Aber das ging ja auch noch ziemlich weiter, ne? Also, ich weiß nicht, wann da das aufgehoben wurde oder wann es, oh, wie sag ich das jetzt, also Schulen für Weiße und Schwarze gab in den USA. Aber ja. Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Thema in dem Film. Und dann geht es halt auch noch so viel um dieses, also Rolle der Frau. Und die mussten sich da natürlich auch mega behaupten in den Filmen, weil da nur Männer waren in der ganzen NASA. Da gibt es richtig eine Szene, wo die Hauptdarstellerin in dem Film, um die es so eigentlich die meiste Laufzeit übergeht, wo die zu so einem, naja, zu so einer höchsten Sitzung mit soll von der NASA, weil sie halt als Erste immer diese ganzen Informationen braucht, um irgendwie neue Flugbahnen zu berechnen und den ganzen Kram. Und es heißt so zuerst, ja, nee, du kannst hier nicht mit rein. Ja, warum? Naja, das ist nur für Männer. Und aus unserer heutigen Sicht fragt man sich halt so, Alter, ist das bescheuert eigentlich so, ne? Ja, also das sind halt so die Themen, um die es so geht. Und das Geile ist halt, in dem Film sind echt viele richtig gute Schauspieler. Ähm, hier, der aus Moonlight und Luke Cage, der Mashahal Ali heißt er, glaube ich, ne? Ähm, der hat eine Nebenrolle in dem Film. Und die drei Ladies, muss ich mal jetzt kurz nachgucken, von denen kannte ich jetzt nur die eine, die auch bei, ähm, The Shape of Water mitgespielt hat. Ich weiß nicht, war da Viola Davis dabei? Das ist die, glaube ich, die ich meine, ja. Ähm, warte, ich hab ganz kurz die Seite aufgemacht. Ach nee, Octavia Spencer ist das, die aus Shape of Water. Oder, und dann haben wir noch Janelle Munay, die irgendwie auch ne Sängerin ist oder so. Und Taraji P. Hanson, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen hab, die ist jedenfalls die Hauptfigur. Und so ein bisschen das Problem von dem Film ist, dass die anderen beiden Frauen, um die es noch so geht, naja, gefühlt sind die nur drin, weil sie drin sein müssen für die Geschichte. Aber so wirklich viel tun sie nicht in der Story. Und das hauptsächlich Interessante ist bei, ähm, Taraji P. Hanson eigentlich, genau. Und dann haben wir aber zum Beispiel noch Kevin Costner in dem Film, der richtig geil spielt. Und Jim Parsons, der ja hier aus Big Bang Theory ist und so weiter. Kirsten Dunst spielt auch noch mit. Also ein echt richtig, richtig guter Cast. Und für mich sowieso interessant, weil ich dieses ganze Raumfahrtsding halt mega interessant finde und so. Und das war mal ein interessanter Blickwinkel, fand ich, mehr so auf die Leute einzugehen, die dann mehr so im Hintergrund fungiert haben und über die jetzt nicht groß gesprochen wird. Ja. Genau, also kann man sich auf jeden Fall echt gut mal angucken. Das ist so ein richtig guter Mutter-Oma-Film eigentlich. So, weißt du? Den man mit der Familie gucken kann, der irgendwie keinem wehtut oder so, der ein interessantes Thema hat. Also, ja, weiß ich nicht, zu dem habe ich auch gar nicht mehr viel mehr zu sagen, so. War okay. Manchmal muss man auch gar nicht mehr dazu sagen, ne? Wenn der Film gut ist, dann ist der Film gut. Ja. Ich weiß nicht, soll ich noch mal was zu Spider-Man sagen? Ach so, ja, ich weiß nicht, ich kann es ja mal kurz so, du warst ja beim ersten Mal nicht so begeistert von dem Film. Ja, genau. Also, ich habe mir noch mal Spider-Man Homecoming angeguckt, weil er jetzt irgendwie vor zwei Wochen auf Netflix gekommen ist. Und dann dachte ich mir so, weil ich, als ich den damals im Kino gesehen habe, fand ich den echt schwach. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja komm, ich gebe dem noch mal eine Chance, weil eigentlich gefühlt alle was anderes gesagt haben als ich. Ja. Außer meine Schwester, mit der ich den damals geguckt habe. Ja, deine Schwester. Ey, machst du nix, ne? Ja, dann habe ich mir den noch mal angeguckt und muss sagen, dass er mir auf jeden Fall diesmal deutlich, deutlich besser gefallen hat. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sage. Also, ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist ein guter Film? Ja. Also, es ist ein guter Film, ist auch ein guter Spider-Man-Film, vor allen Dingen nach den, ich sag jetzt mal Schwierigkeiten mit The Amazing Spider-Man. Schwierigkeiten ist sehr nett ausgedrückt. Geht es da natürlich wieder deutlich nach oben, qualitativ gesprochen. Ja. Ich muss nur sagen, ich mag Tom Holland als Spider-Man halt unfassbar gerne. Ja, der ist echt super. Aber ich glaube, der lebt die Rolle auch einfach komplett. Der ist auch, also kann man echt nicht anders sagen, der ist echt perfekt besetzt dafür. Ja, und privat ist er auch ein übelst netter Typ. Also, das weiß ich, weil ich den kenne. Ja, ja. Hast du Ausbildung gemacht mit dem, ne? Ja, ja, bei den Marvel Studios habe ich. Ja, ja, ja. Ne, aber der war gut. Ich mag den Cast. Ich mag Michael Keaton als quasi Batman. Alter, Michael Keaton ist fucking großartig in dem Film. Ja, ich mag das auch unfassbar. Also, ich sag mal so. Michael Keaton ist ja einzig und, also eigentlich nur dafür bekannt, weil er der Batman ist, ne? Naja, und bei Birdman würde ich noch sagen, oder? Ja, genau. Aber er war ja zuerst quasi nur als Batman bekannt. Also jetzt bis vor, bis halt Birdman rauskam. Okay, ja. Und, äh, Beetlejuice? Ja, keine Ahnung, kann ich nicht. Okay. Na, auf jeden Fall nochmal an alle Leute, die denken, Christian Bale ist der einzig wahre Birdman. Schnauze. Michael Keaton. Oder Val Kilmer. Ich lasse mich auf Val Kilmer ein, wenn der Film scheiße war. So, aber auf jeden Fall, was ich dazu sagen will, ist, also, ich mag Michael Keaton und der ist ja dann mit Birdman dann wieder aus der Versenkung aufgestiegen. Ja. Ach, weil er Flügel hat, ne? Und so. Ja, genau. Weil er Birdman ist. So, und Birdman war ja quasi auch irgendwie so eigentlich seine eigene Geschichte nochmal in dem Film verpackt. Ja. Ach so, wegen der Batman-Story und so weiter meinst du? Naja, genau. Also, Birdman ist ja, glaube ich, auch ein ehemaliger Filmstar, der irgendwie nur Birdman gespielt hat und deswegen bekannt war oder so. Ja, ja, genau. Ja, genau. Also quasi Batman. Und ich finde das irgendwie lustig, dass Michael Keaton halt bei Spider-Man dann Vulture spielt, der ja quasi sehr ähnlich zu Batman oder Birdman ist. So, eigentlich von der Aufmachung her. Ja, das ist schon sehr, sehr witzig. Ja. Aber ich finde auch, er macht einfach, er ist ein guter Schurke, so. Voll. Und er ist trotzdem auch irgendwie voll charismatisch und sympathisch, so finde ich, als Antagonist. Ja, weil man auch irgendwie seine Lage so halt nachvollziehen kann. Also, wenn man das so am Anfang sieht. Also, wo er ja den Auftrag quasi hat nach Avengers, also nach dem Avengers-Film, dem ersten, da die Alien, den Alien-Schrotter wegzusammeln und dann die Regierung ankommt und ihn einfach den Auftrag wegnimmt. Und er dann ja quasi übelst am Arsch ist. Mhm. Und daraus dann quasi so sein Imperium dann aufbaut. Das ist halt irgendwie nachvollziehbar und irgendwie auch, also ja, ein bisschen sympathisch. Also, finde ich. Ja, er ist halt auch so voll der Underdog, ne? Und das macht ihn irgendwie ganz cool. Und er ist halt auch prinzipiell gar kein richtig böser Typ. So. Ja. Weil er macht das ja quasi so für seine Familie und ja, und er will ja Peter Park auch eigentlich gar nicht töten. Ja, ja, stimmt. Ja. Also, nur zwangsläufig. Ja, weil er ihm keine andere Wahl lässt, sozusagen. Ja, und deswegen muss ich sagen, jetzt mag ich Spider-Man Homecoming. Ja, ich, ja, manchmal ist das, ich finde auch, manchmal muss man irgendwie im Film auch nochmal irgendwie so eine zweite Chance geben. Ich habe das auch ganz oft, dass ich Filme auch schaue und dann mein zweites Mal besser finde. Die geilste Szene ist diese Szene im Auto, wo Michael Keaton so rausfindet, dass Peter Parker Spider-Man ist. Die ist so fucking gut. Wobei, ich finde, ich finde die Szene auch geil, wo er einfach, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie die Dame heißt, mit der er zum Abschlussball oder zum Homecoming-Ball gehen will. Ja. Und er dann einfach nur klingelt und die Tür dann so aufkommt und er einfach nur Michael Keaton steht. Und er einfach nur dumm guckt. Ja, 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 stimmt, genau. Das ist ja der Twist-Moment in dem Film. Ja, und ich weiß doch, im Kino habe ich den Twist überhaupt nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Echt, damals genauso wie er dann so, Alter. What the fuck? Ja, ist schon sehr, sehr geil. Nee, finde ich auch. Guter Film. Ich finde ihn ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, dreimal gesehen und muss sagen, den hätte man irgendwie so eine Viertelstunde kürzer machen können auf jeden Fall. Das hätte ihm echt gut getan. Aber, also ich finde, ich finde, der macht halt voll Spaß, weil vor allem dieses Highschool-Ding bringt die einfach so gut rüber in dem Film. Und, weiß ich nicht, wenn man den Film guckt, fühlt man sich so, als würde man mit Peter Parker zusammen wieder zur Schule gehen. Ja. Wobei ich habe auch ein bisschen gemerkt, ich glaube, das liegt daran, weil ich inzwischen alt bin. Teilweise finde ich den Film ein bisschen hyperaktiv. Also irgendwie so ein bisschen schnell, ein bisschen laut, so. Oh, naja. Ja, das kann sein, dass es daran liegt. Aber mir gefällt das eigentlich. Ja, das passt ja auch voll zur Figur von Spider-Man, deswegen. Ich habe übrigens gehört, dass Far From Home besser sein soll als Homecoming. Ja, gut. Aber, nee, ich bin echt hype drauf auf den Film jetzt. Ich bin echt gespannt, was die da, was die damit machen. Eine Sache noch, ich, das Buch, was ich zurzeit gerade lese, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich weiß nicht, kennst du die Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte ein bisschen? Ja, grob. Genau, ich habe so ein Bundle zum Geburtstag bekommen mit so den ganzen berühmten Horror-Klassikern, also so Frankenstein und Dracula und das Bildnis der Story in Grey. Und da ist halt auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde drin gewesen. Habe ich jetzt zur Hälfte durch, ist auch nicht sonderlich dick, das hat irgendwie 120 Seiten oder so. Ähm, das ist auch gut alt, das ist von, warte mal, ich will nicht lügen, von, naja, okay, 1925. Nee, warte mal, wurde das nur übersetzt, 1925? Nee, Originalausgabe 1886, also ja, doch schon ein bisschen älter. Liest sich aber echt gut dafür, dass das so alt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Kapitel sind alle recht kurz, also das geht echt zackig voran so, hat auch echt gute Spannung auf jeden Fall. Was ich bloß echt nicht wusste, weil, also man kennt ja die Figur von Jekyll und Hyde, man weiß ja, dass das eine Figur ist im Endeffekt. Mhm. Was aber eigentlich der Aufhänger des Buches ist, dass du das erst rausfindest, wenn du das liest, so, weißt du? Ja. Also Dr. Jekyll ist auch gar nicht die Hauptfigur, sondern, ähm, Mr. Utterson, das ist hier so ein Anwalt, ähm, der findet das raus, das ist eigentlich wie so eine Detektivgeschichte und deswegen war ich zum Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, es ist von Anfang an klar, dass das dieselbe Person ist, so. Ähm, ja. Aber sonst, ähm, das Buch hat auch, ähm, genau Dorian Gray und American Psycho ganz stark inspiriert, was ja auch voll Sinn ergibt, ne, weil Patrick Bateman hat ja auch diese duellierende Persönlichkeit in sich. Ja, aber ich find's echt spannend, mal so einen alten Horrorklassiker zu lesen, macht auf jeden Fall echt Spaß. Ja, das glaub ich. Joa. So viel mehr hab ich da auch gar nicht zu zu sagen. Ich weiß gar nicht, hattest du gesagt, wo das spielt? Ähm, das müsste in London spielen, ja, ja, ich glaub, das war in London. Ja, ich, ich kenn, glaub ich, die Figur tatsächlich nur aus die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Naja, und bei Van Helsing taucht er auch auf am Anfang. Echt? Ja, ja, das ist der, der den Van Helsing da im Vatikan killt. Ach ja, stimmt. Oh, ich liebe Van Helsing, ne? Ja, jetzt mal ehrlich. Ich feier den. Ja, der ist auch geil, ich feier den auch. Aber bei Liga der außergewöhnlichen Gentleman, da ist er auch drin, genau. Da find ich ihn eigentlich auch sogar ganz geil gemacht, irgendwie. Ja, den Film mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber den finden auch sehr viele Leute scheiße. Ja, die sind halt beide so hard over the top und irgendwie auch ziemlich dumm eigentlich. Aber macht mir halt schon Spaß zu gucken so. Ey, ich mein, das ist ein Vampirjäger. Natürlich ist der Film dumm. Also, ich mein, klar, Hugh Jackman mit seinen langen Haaren sieht auch ein bisschen behindert aus. Aber ich find das geil. Ja, find ich auch geil. Aber ja, es ist mal ganz witzig zu sehen, wo das alles irgendwie so die Wurzeln hat. Genau, deswegen, das lese ich gerade. Und hab's wahrscheinlich auch irgendwie so morgen, denk ich mal, durch. Ja. Ich nagel dich drauf fest. Das kannst du gerne machen. Gibt's bei dir noch was? Nee, also das wäre jetzt tatsächlich das Einzige, was ich geguckt habe in den letzten zwei Wochen. Da war ich ein bisschen faul. Ja, alles gut. Also, wie gesagt, ich hab auch kaum was gesehen. Aber was ich gesehen hab, es gibt eine neue Amazon-Serie. Ich weiß nicht, hast du Amazon Prime eigentlich? Ja, hab ich mir für Digimon geholt. Ohne Scheiß, es gibt eine neue Serie, die heißt Too Old to Die Young. Das ist eine Thriller-Serie. Und die ist gemacht von dem Regisseur von Drive und The Neon Demon und so. Das hab ich gerade vor einer Stunde oder so gesehen. Und ich dachte so, Alter, das ist definitiv das Nächste, was ich mir angucken werd. Weil ich verschling alles, was dieser Regisseur macht. Ich find alle seine Filme mega geil. Also, für die, die es nicht wissen, der hat auch Bronson gemacht und die Pusher-Trilogie und so. Also, ziemlich geilen Scheiß eigentlich. Und ja, der hat eine Serie auf Amazon Prime und die werd ich mir definitiv jetzt gleich angucken. Ja, stimmt. Ich hab sogar schon was zu der Serie gehört, wie die so sein soll. Also, ich hab Gutes gehört auf jeden Fall. Ich hab auch Gutes gehört. Ich hab nur gehört, dass sie unfassbar langsam sein soll. Naja, aber das kann man halt erwarten, ne? Von seinen... Ja, das ist ja sein Stil. Deswegen... Aber das ist auch geil bei seinen Filmen, wenn ich ehrlich bin irgendwie. Jaja, also ich feiere seine Filme auch. Also, Nicholas Wending Raffin, ne? Wir können den Namen ja auch mal sagen, glaube ich. Ja. Ja. Äh. Und ja, also die Serie wird auch einfach nur überragend gut aussehen. Also, da... Das stimmt. Ich seh grad zehn Folgen. Ich guck mal, vielleicht schaff ich's ja, die bis zum nächsten Podcast durchzuschauen. Vielleicht können wir ja drüber sprechen. Wenn du auch Bock hast, die zu gucken. Steht ja, wie lang die Folgen gehen? Also, jede Folge geht zwischen eine und anderthalb Stunden. Und ne, die letzte geht auch nur 30 Minuten. Also gehen alle so lang, wie sie gehen müssen anscheinend. Ja, aber zehn Folgen? Ja. Also, ich denk mal, reingucken werd ich auf jeden Fall. Geil. Ja, dann sprechen wir uns nächstes Mal wahrscheinlich wieder dazu. Alter, also ich hab richtig Bock, die jetzt zu gucken. Ohne Scheiß. Ich hab das grad erst gesehen. Vor allem spielt Miles Teller dann nicht die Hauptrolle? Miles Teller spielt mit, die auch bei Nier and Demon mitgespielt hat hier. Ich hab ihren Namen. Jenna Malone, genau. Ach, Betton. Richtig. Ja, weiß nicht. Ich seh jetzt grad nicht, wer noch mitspielt. Aber ey, der Regisseur reicht mir auch eigentlich komplett aus, um interessiert zu sein. Ne, voll. Wenn wir beide erstmal nix auf der Kappe haben, dann starten wir mal mit unseren Themen durch. Eine Sache, die ich letzte Woche vergessen hab zu erwähnen, aber ich mein, wir hatten im letzten Podcast auch echt genug Sachen, über die wir eigentlich gesprochen haben. Also, es gibt einen neuen Batman. Robert Pattinson. Was sagst du dazu? Ich find's tatsächlich gut. Ich find's tatsächlich ziemlich großartig sogar. Also, ich glaub, also ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der breiten Masse angekommen ist, aber ich glaub, viele Leute fucken sich damit ab, weil sie, wenn sie an Robert Pattinson denken, Twilight im Kopf haben. Hm. Immer noch. Und ich muss... Das ist echt krass. Das ist fast zehn Jahre her eigentlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaub, das sind die einzigen Filme, die ich mit Robert Pattinson gesehen hab. Dazu muss ich sagen, ich hab den letzten nicht gesehen. Ich hab nur eins bis vier gesehen. Ey, dann sind wir ja absolut auf dem gleichen Stand. Ich hab auch nur die ersten vier gesehen. Ey, eigentlich braucht man keinen davon gesehen. Nee. Außer vielleicht den dritten. Höchstens. Ja, okay. Ja, der war unterhaltsam eigentlich. Der war eigentlich ganz witzig. Ja. Nee, aber auf jeden Fall mag ich Robert Pattinson eigentlich. Und ich glaub, der ist auch von der Ausstrahlung her, macht der einen guten Bruce Wayne. Oder Batman. Ja. Fragt mich dann aber, ich weiß jetzt nicht, in welchem Film er dann eingesetzt werden soll, weil ich da auch ehrlich gesagt ein bisschen das Interesse daran verloren hab, mich da mit auseinanderzusetzen. Hm. Weil es müsste dann ja schon ein sehr junger Batman sein, ne? Also ich weiß nicht, ob das dann, vielleicht wieder so eine halbe Origin-Story wird. Also, soweit ich das weiß, soll er in dem neuen Batman-Film spielen, also ein richtiger, reiner Batman-Film, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Origin-Story wird, ich bezweifle es. Aber der Regisseur steht auch schon fest, das ist Matt Reeves. Das ist der, der die letzten beiden Planete-Affen-Filme gemacht hat. Was ich an sich schon mal ziemlich geil finde, weil die einen gut düsteren Ton haben und recht, also eine gute Art von Realismus auch haben und so. Und ich glaub, der kann einen ganz guten Batman-Film machen. Ähm, und der Pinguin soll vorkommen, soweit ich weiß. Mehr ist aber, glaub ich, noch nicht bekannt. Und der soll, glaub ich, auch nur The Batman heißen. Und ich glaub, 2021 ist das Startdatum von dem Film. Aber das kann sich ja alles noch verschieben und so. Aber ich find's auf jeden Fall richtig, richtig geil. Weil das ist so irgendwie mit der Norm ein bisschen gebrochen. Weil ich hab damit persönlich überhaupt nicht gerechnet, dass die Robert Pattinson dafür nehmen. Und vor allem in dem letzten Film, den ich mit ihm gesehen hab, Good Time, da spielt er so scheiße geil. Und so einen richtig abgeranzten, abgefuckten Typen, der halt auch so dieses Böse von Batman so ein bisschen ausstrahlt. Und in einem anderen Film mit ihm, Cosmopolis heißt er, glaub ich, da geht's darum, dass er irgendwie voll so ein High-Society-Typ ist, der die ganzen Filme nur in der Limo rumfährt. Und da ist er eigentlich schon der perfekte Bruce Wayne. Also, ich mach mir da echt überhaupt keine Sorgen um ihn. Nee, also ich glaub, mit dem Cast mach ich mir bei den Sachen nie, äh, denk ich nie an was Böses. Aber ich glaub, ja, also wie der Film dann im Endeffekt wird, der ist ja immer gefährlich. Wobei DC ja sich langsam auch mal das ein bisschen mehr gebacken kriegt, was die Filme angeht. Ja, also was wir ja sowieso runterfahren, ist ja anscheinend dieses, es muss jetzt alles interkonnektiv erzählt sein, weil wir müssen so gut wie Marvel Cinematic Universe werden. So, das fahren sie ja schon deutlich runter. Das, bei Aquaman wurde das gar nicht angesprochen, bis auf mal kurz einen Dialog mit Eldruss gegen Steppenwolf gekämpft. Aber sonst war es auch ein Standalone-Film. Der neue Joker-Film hat anscheinend gar keine Verbindung zu irgendwas. Und der Batman-Film soll auch einfach nur ein Batman-Film werden, so. Und von daher, glaub ich, kann man da schon deutlich optimistischer rangehen, als jetzt bei sowas wie Justice League oder so. Ja, und ich mein zum Beispiel hier Shazam soll ja sogar auch richtig gut gewesen sein. Genau, der war ja auch voll der Standalone-Film, der eigentlich keine Verbindung hatte zu irgendwas. Ja, und ich hab, eigentlich hab ich halt, also ich bin ja ein kleiner Batman-Fan, ne? Echt? Ja, ja. Ja, deswegen hab ich eigentlich gut Bock drauf, mal wieder was Neues zu sehen. Und dann vielleicht auch mit dem Pinguin. Ja. Jetzt nicht so der Standard-Bösewicht, sag ich mal, weil sonst ist es ja irgendwie mehr gefühlt der Joker oder so. Ja, ja. Hab ich Bock drauf. Und ich würde es sehr lustig finden, wenn Danny DeVito den Pinguin spielt. Alter, das wäre sehr, sehr feierbar. Ähm, ja, ich hoffe bloß, dass sie Batman, also dass sie dieses geile Fantasy-Level langsam wieder so reinbringen. Ähm, weil auch bei Dawn of Justice war das ja jetzt nicht wirklich so drin, hatte ich das Gefühl. Also, weil du hast ja auch keine Antagonisten von ihm gesehen in dem Film. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde mir echt so einen Batman-Film wünschen, der so dieses Stil von dem Arkham-Spielen so ein bisschen hat. Ähm, gibt's einen Gegner, den du gerne sehen würdest? Auf den du irgendwie hyped wärst, den mal zu sehen? Einen richtig guten Killer-Crog hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Alter, das wäre geil, oder? Einfach nur, weil ich, weil ich glaube, mit der heutigen Animationskunst oder vielleicht auch einfach im Kostüm, ne, kann ja jeder... Ja. Ähm, glaube ich mir, stelle ich mir das einfach richtig geil vor, dass das einfach geil aussieht, so ein schön düsterer Look und den dann als Gegner so. Ja, schön in der Kanalisation alles spielen so. Ja, und dann halt schön dreckig, schön eklig und dann nochmal ein bisschen brutaler, weil ich meine, die Comics sind halt auch stellenweise brutal, deswegen irgendwie so einen schönen Batman-Film ab 16, vielleicht sogar noch härter. Ja. Klar, warum nicht? Hätte ich Bock drauf. Also ich meine, Batman-Fans sind eh alt genug, also an Einnahmen würde denen das ja nicht mangeln wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich würde echt gerne einen richtig guten Riddler mal sehen in dem Film eigentlich, weil du da halt nicht nur dieses Auf-die-Fresse drin hast, so, sondern auch mehr ein bisschen diesen Detective-Batman, so, das würde ich eigentlich ganz cool finden. Hm. Und sonst, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Gegner, den man noch gar nicht gesehen hat, vielleicht so ein Hush oder ein Red Hood oder sowas mal, aber für ein Red Hood wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu früh oder eine Catwoman oder so, die man halt lange nicht gesehen hat, so eine Gegner, ne. Obwohl Catwoman war ja auch bei Dark Knight Rises, aber whatever. Ein Hush wäre geil oder eine gute Poison Ivy oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ich habe auch gerade nochmal überlegt, irgendwie nochmal so einen geilen Scarecrow oder so, schön dann in der Traumwelt oder in dieser Nebelwelt. Also bei den Arkham-Spielen ist es ja so, wenn er das Gift abbekommt, dann bewegt er sich ja wirklich in so einer Fantasiewelt. Ja, ja, genau, so Nightmare on the M-Street-Style eigentlich schon fast. Ja, und das halt in dem Film, in dem Format dann irgendwie nochmal umgesetzt, ich glaube, das stelle ich mir auch visuell ziemlich geil vor. Also da könnte man eine Menge draus machen. Ja, voll. Nee, das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Aber hey, also ich bin wirklich gespannt, was diesen neuen Batman-Film angeht, so was wir da in nächster Zeit noch zu hören kriegen. Weil bis jetzt sind alle Zeichen auf jeden Fall ziemlich gut. Wir haben ja eben kurz von Stephen King gesprochen und es ist ja ein Trailer rausgekommen zu Doctor Sleep. Da hast du mich ja auch drauf aufmerksam gemacht, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht erklärst du einfach mal kurz, was es damit auf sich hat. Also Doctor Sleep ist, es ist schon, ich würde jetzt sagen, der offizielle Nachfolger vom The Shining. Ja. Von Stanley Kubrick aus den, ich weiß nicht, 80ern, glaube ich. Ich glaube, ich kann mal kurz nachschauen, ja. Oder 70er, weil der ist auch schon gut alt. Äh, 1980. Ja. Ja, okay. Genau, und äh, ist davon halt der Nachfolger und es geht wohl, soweit ich weiß, um den kleinen Jungen damals, der das Shining hatte. Also den Sohn von, das ist Jack Nicholson, ne? Ja, genau. Ja, okay, ich verwechsel den teilweise mit anderen Leuten. Äh, genau, und es geht halt jetzt um den Sohn, dass der halt jetzt erwachsen ist. Genau, das ist dieses kleine Kind, was immer auf dem Dreirad rumgefahren ist. Genau, also da sieht man auf dem Trailer schon so ein paar Flashbacks, wie er dann wieder im Hotel hockt. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, worum es dann gehen wird, weil ich glaube, also da wird so gesagt, dass er glaube ich dann andere Leute wieder ausfindig macht, die auch das Shining haben. Also auf jeden Fall ein kleines Mädchen. Ja, ja, genau, das habe ich so gelesen, dass es irgendwie darum geht, dass er auf jeden Fall die beschützen muss. Weil er irgendwie so ein bisschen weiß, was es damit auf sich hat. Ja, genau. Ja. Vielmehr ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt. Ne, also es ist ja auch nur ein Teaser, was bis jetzt draußen ist. Ja. Genau, und der Junge, also der wachsende Junge, wird halt gespielt von Ian McGregor. Gute Wahl, finde ich. Echt gut. Ja. Also finde ich interessant, weil ich mag den eigentlich auch. Ich habe das Gefühl, den sieht man gar nicht mehr so häufig. Stimmt, ne. Der macht nur noch so kleine Filme irgendwie so. Also hier Trainspotting 2 halt, ne? Zum Beispiel. Aber sonst, hat er nicht auch diesen Winnie-Pooh-Film gemacht oder was das war? Ja, äh, wie heißt denn der nochmal? Der hieß ja Christopher Robin oder so, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ich weiß aber nicht genau, ob ich da Bock drauf hab. Also ich finde, der Trailer sieht ein bisschen Standard-Horror-kostmäßig aus. Mhm. Einfach nur mit der Marke Shining, was halt das einzige Bewerbungsmittelgefühl dafür ist. Ja. Also er sieht nicht komplett scheiße aus, ne? Also ich finde, optisch ist er auf jeden Fall ziemlich schön, schon mal. Ja. Aber ich finde halt so, das wirkt irgendwie so schön, irgendwie alles hast du schon mal gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Welt auf eine Fortsetzung von Shining gewartet hat. Also ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich glaube, das basiert ja wahrscheinlich auch auf einem Buch von Stephen King. Ja, ja, das hat, also Stephen King hat Doctor Sleep 2013 veröffentlicht. Ja, okay. Also kam das Buch auch erst deutlich später. Also Doctor Sleep Buch. Okay. Genau. Weil wenn das Buch jetzt auch von damals gewesen wäre, so wie jetzt Shining, dann hätte ich gesagt, okay, dann macht das Sinn. Und dann sage ich gar nichts dagegen. Aber ja, ich lasse mich aber auch sehr gerne eines Besseren belehren, weil The Shining ist für mich ein absoluter Horrorfilm-Klassiker, den ich sehr geil finde. Mhm. Deswegen vielleicht ein Film, der da nochmal eine ziemlich ähnliche Kerbe schlägt. Habe ich prinzipiell gar nichts gegen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich, ähm, gerade nachdem ich den Trailer eben gesehen habe, ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch irgendwie. Ich finde irgendwie, alles sieht sehr geil aus. Ja, okay, das Standardmäßige kann ich verstehen. Aber es ist halt auch nur ein Teaser so. Und, äh, wer weiß. Also ich glaube, da kommt schon noch gut genug abgefuckter Scheiße in dem Film vor. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm. Ich hoffe nur, der ist nicht irgendwie Copy and Paste Shining so. Ja, die Angst habe ich nämlich auch vor. Gerade irgendwie am Ende vom Trailer, wenn er da durch die Tür guckt. Also für mich wirkt das so, als wenn sie einfach nur wirklich, also klar, ist ein Teaser, wie gesagt, ne? Und da müssen sie natürlich irgendwie die Leute dann irgendwie dann da ins Boot holen. Und deswegen zeigen sie halt die ganzen Szenen aus Shining. Also das ist völlig legitim. Aber da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, dass das einfach nur so nochmal wirkt, wie so eine Shining-Geisterbahn so ein bisschen. Weißt du, wir nehmen die ganzen Themen von damals irgendwie so mit rein. Machen das quasi genauso, nur neu. Und das dann nochmal zu verkaufen. Ja. Also wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt, dann könnt ihr uns ja mal drunter schreiben, wie das Buch ist im Gegensatz zum, also zum ersten Teil, also zu The Shining. Das würde mich mal interessieren. Ähm. Ja, aber genau, das war auch die eine Szene, wo ich dann so dachte, ah, oh come on. So. Ja, wir alle wissen, wie es aussieht, wenn er durch die Tür guckt. Ja, okay. So. Okay, das muss jetzt drin sein. Because it's The Shining, everybody. So, weißt du. Ja, vor allem kann mir doch keiner erzählen, dass in den letzten 30 Jahren keiner mal die verkackte Tür ausgewechselt hat in dem Scheiß. Aber wer weiß, wie das zusammenhängt. Vielleicht kehrt er ja auch zu dem ursprünglichen Ort in der Zeit auch zurück oder so. Keine Ahnung. Also da lasse ich mich echt überraschen. Ja, ich sag auch. Ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren. Ja, aber prinzipiell, wenn er gut ist, habe ich da sogar Bock, mir den im Kino zu geben, muss ich sagen. Weil so ein guter Horrorfilm im Kino hat man nicht so oft, finde ich. Und das gebe ich mir eigentlich ganz gerne. Ja, ich habe sogar gehört, dass Stephen King sogar mit dem Original-Shining-Film überhaupt nicht zufrieden gewesen sein soll. Ja, ja, der hat ja auch nochmal einen eigenen Film irgendwie produziert oder sogar selber gedreht fürs Fernsehen dann. Der aber mega kacke sein soll. Ja. Schon, ey, keine Ahnung. Witzig, oder? Stephen King, wovon hat der Ahnung? Ja, aber es kommt ja sowieso gerade voll so dieser Stephen King-Verfilmung-Hype so zurück, ne? Wir hatten ja dieses Jahr Friedhof der Kuscheltiere, so ein Remake. Und ich weiß nicht, letztes Jahr kamen ja mehrere Netflix-Filme auch raus, die so Stephen King-Verfilmungen waren. Dieses Jahr kommt ja noch der zweite It raus, auf den ich auch sehr, sehr viel Bock habe, muss ich sagen. Weil der erste, den fand ich wirklich überraschend geil eigentlich. Ja, aber ich bin gespannt auf jeden Fall, was sie daraus machen. Ey, gegen immer mehr gute Horrorfilme habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Und ich habe übrigens auch nichts einzuwenden gegen immer mehr gute Musik. Und das passt ja richtig gut, weil das neue, schöne Überleitung, ne? Ja, danke, danke. Ja, ja. Klasse. Das neue Tyler-The-Creator-Album ist rausgekommen. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen irgendwie oder vor einem Monat oder so. Wir haben es beide gehört. Ich weiß nicht, ich würde uns jetzt mal einfach als Fans bezeichnen von Tyler-The-Creator. Ja, wir haben ihn letztes Jahr live gesehen auf dem Melt. War sehr geil. Also, wenn ihr die Chance habt, ihn mal live zu sehen, das ist eine richtig, richtig geile Show, die der Typ abliefert. Also, wir haben direkt da nach Florence and the Machine gesehen und der Typ macht alleine so viel Stimmung wie fünf Leute auf der Bühne. Ja, was sagst du zum neuen Album? Weil ich würde sagen, du bist sogar der größere Tyler-Fan als ich. Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr von ihm gehört. Aber was sagst du zum neuen Album, Igor? Also, ich war ziemlich Hype drauf, als ich erfahren habe, dass dein neues Album raushaut. Ja. Und hat mir das dann, glaube ich, auch, ich glaube, sogar am gleichen Abend dann halt einmal komplett angehört in meiner Wohnung. Mhm. Und dachte mir dann so beim ersten Mal, okay, das klingt alles geil. Das ist so schön, so Vibe-mäßig. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber halt so irgendwie so ruhig. Also, nicht alles, aber halt so schön stimmungsmäßiger Soundtrack so. Ja. Hatte aber das Gefühl, oder für mich war es ein bisschen wenig Rap. Ja. Weil gefühlt ist Rap, glaube ich, auf zwei Songs. Ja, ist nicht sonderlich viel, auf jeden Fall. Nee, aber ich muss sagen, ich mag das Album trotzdem unfassbar gerne. Weil das ist so ein schönes, das ist wieder so ein Komplettwerk, sage ich mal, wo du dir irgendwie nicht ein Song draus anhörst, sondern wenn du da Bock drauf hast, dann hörst du dir das ganze Album an. Weil das alles so in einem Flow ist, finde ich. Ja, voll. Und die Songs auch teilweise aufeinander aufbauen. Mhm. Und ja, das geht, das geht sehr gut durch, das Album, muss ich sagen. Ja. Das finde ich auch, das gefällt mir auch immer sehr schön bei Alben, wenn so ein, also es ist ja auch ein richtiger musikalischer Übergang drin zwischen mehreren Songs, ne? Also, falls es das jetzt war, was du meintest. Ja, genau. Ähm, finde ich auch sehr geil und ich meine, das Album erzählt ja auch eine Geschichte, ne? Es geht ja viel so, also es ist ja eigentlich eine Beziehungskiste, das ganze Album. Das, also das sieht man ja schon, wenn man sich die Titel anguckt. I think, I think, wo er ja singt hier, I think I'm in love with you oder sowas. Und dann, äh, später hat man ja sozusagen die Trennung mit hier, I don't love you anymore, are we still friends und so, wie sich das dann so entwickelt. Ähm, also von der war da auch ein ziemliches Konzeptalbum, könnte man. Kann man eigentlich sogar schon sagen. Und deswegen total geeignet zum Durchhören. Und es ist ja auch nicht sonderlich lang. Es geht ja nur, äh, was steht hier? Geht das, 46 Minuten oder so? 39 sogar nur. Ja. Das hörst du dir halt einmal kurz an und dann hast du das. Ja. Und das macht auch wirklich Spaß zum Hören, finde ich. Ja. Vor allen Dingen, ich finde, Tyler Dich Kreator hat immer so einen leicht, so einen irgendwie sehr abstrusen Sound. Mhm. So richtig komisch. Es hört sich immer, es hört sich immer alles ein bisschen falsch an, so, finde ich. Ja, aber deswegen halt auch so interessant, weil das irgendwie, also es gibt für mich nichts Vergleichbares. Ja, es ist halt sein Stil, ne? Es ist halt, ja. Ja. Und er hat ja auch unfassbar viele Features da drauf, die da, also bei Spotify zumindest, nicht dabei stehen. Ach so? Musst du mir mal sagen, weil ich hab's halt nicht gesehen, weil ich's nur auf Spotify aufhabe gerade. Also Kanye West ist auf jeden Fall dabei. Das Ding ist, die haben da immer teilweise aber nur so ganz kleine Passagen, wo sie einfach nur zwei Sätze oder so nebenbei sagen. Deswegen merkt man das auch gar nicht. Ach so. Aber witzig, dass du das sagst, weil ich finde nämlich vor allem, ist das Earthquake oder I think, ich glaube Earthquake hat voll die Kanye West-Vibes, der Song. Der hört sich so ein bisschen an wie Stronger von Kanye West, weißt du? Ja. Ja, genau. Ich meine, Kanye West ist auf jeden Fall auf einem Song dabei. Lil Uzi Vert ist in einem Song dabei. Also irgendwie auch ziemlich viele Rapper oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer alles noch, weil wie gesagt, das steht da halt nicht dabei. Ich hatte mir immer ein YouTube-Video angeguckt, wo dann halt erklärt wird, wer da was sagt, weil das kriegst du halt auch eigentlich fast gar nicht mit. Und ja, also mir ist das auch überhaupt gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Nee, aber das ist schön interessant. So, weil wenn du das siehst, wer da alles so mitgearbeitet hat. Ja. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zum Album, aber es ist mir entfallen. Das Cover ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, schon. Er sieht echt aus wie ein Affer auf dem Bild. Ja. Aber als er das damals auf Instagram gepostet hat, also bevor er das Album dann rauskam, dachte ich schon, uff, das sieht schon irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ja, aber das ist halt auch wieder sein Style, so, ne? Ja, er gibt ja auch irgendwie keinen Fick drauf. Ich habe, glaube ich, sogar mal ein Interview gehört, wo er gesagt hat, vor allem bei seiner älteren Musik noch, also das war irgendwie ein Interview vor vier Jahren oder so, wo er meinte, er macht Hip-Hop, um alte, weiße Leute abzufacken. Ja, das ist geil. Ach, der Junge gefällt mir schon. Ja, vor allem, der ist auch noch so jung. Ich glaube, der ist 27, 28 oder so. Ja, stimmt. Ja, auf jeden. Krass. Ähm, wie findest du denn sein Album im Vergleich zu seinen anderen Alben? Ähm, also ich habe bislang, glaube ich, nur komplett wirklich Flower Boy noch gehört. Also das Album, was davor rauskam, ich glaube 2016. Das mag ich mehr, weil für mich da einfach mehr Hip-Hop drin ist. Mhm. Okay. Ähm, und weil ich da die einzelnen Tracks auch irgendwie geil finde. Da hat er auch teilweise so dieses, diese stimmungsvolle, wie da so drin, so Bordem oder so, oder? Ja, mit den, ähm, im Hintergrund Gesang, so mit, das ist so ein Hintergrund Chorgesang und dieser ganze Kram so. Nein, 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 Mr. Lonely oder so, wo das halt auch so ein, irgendwie anderthalb Minuten Intro mit Gesang hat oder so. Ja. Aber dann dazwischen halt so richtig, teilweise richtig aggressiv und Hip-Hop so voll ins Gesicht geklatscht. Ja. Das mag ich ein bisschen mehr, aber... Bordem, 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 Bordem. So, es ist auf jeden Fall, also jetzt das neue Ego ist auf jeden Fall ein verdammt gutes Album, obwohl es für mich kein Rap-Album ist. Ja, aber ist halt auch so die Frage, was ist Hip-Hop so, ne? Also, da ist man, ist wieder so eine Definitionssache, finde ich. Und so, ich, ich hab mich nämlich danach so gefragt, okay, Loyalty von Kendrick Lamar, ist das, ist das Hip-Hop? So, weil eigentlich könnte das voll zu diesem Ego-Album auch passen, ist mir dann so aufgefallen, so rein musikalisch. Ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, irgendwie sind die Grenzen da so, so verschwimmend mittlerweile, dass man das auch gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Aber ich mein, ob jetzt Hip-Hop oder nicht, ist ja im Endeffekt auch egal. Ja, also, wenn's dir gefällt, dann kannst du's ja hören, das ist ja scheißegal, ob das jetzt Rock, Pop oder was auch immer ist. Ja, genau. Übrigens, ne lustige Anekdote, hab ich gelesen, dass, äh, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator, sogar dazu geraten hat, dass er seine Songs selber singen soll. Weil Tyler irgendwie meinte, er, er kann nicht gut singen, deswegen singt er seine Sachen nicht selber. Und dann hat Kendrick Lamar ihm wohl gesagt, mach das mal, weil du bist der Einzige, der halt wirklich die Message oder die Stimmung von deinem eigenen Song versteht. Ah, okay. Und die dann halt wirklich im Singen dann auch so rüberbringen kannst, wie du das willst. Hm. Nice. Ja, hat auch recht eigentlich. Guter Mann, der Kendrick. Ne, also, ich muss sagen, ich mag Igor tatsächlich mehr als Flower Boy, auch wenn ich das auch schon sehr geil fand. Aber ich fand Igor, ähm, alles in allem angenehmer zu hören, irgendwie, muss ich sagen. Bei Flower Boy tue ich mich manchmal schwer, das komplett durchzuhören irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ja, ist halt alles Geschmacksache, ne? Ja, eben. Ähm, aber ja, checkt das aus, ähm, auch wenn ihr keine Fans von Hip-Hop seid, hört euch Igor mal an. Alles groß geschrieben. Das fuckt mich ab, warum müssen die die Titel mittlerweile alle groß schreiben, das ist so anstrengend zu lesen. Hey. Keine Ahnung, vielleicht waren sie aggressiv, vielleicht war Caps auch einfach nur aktiviert. Ja. Scheiße, wir haben das nicht ausgemacht. Das hat in der Post keiner mehr gemerkt. Kendrick Lamar hat damit angefangen mit Damn und bei seinem Album ist das geil, weil das alles so einzelne Wörter sind seine Titel. Aber irgendwie fuckt mich das mittlerweile ein bisschen ab. Ja, aber es gibt auch Schlimmeres. Ey, es gibt definitiv Schlimmeres auf jeden Fall. Aber ich finde das bei dem neuen Album auch gut, weil er geht ja damit komplett durch die Decke, ne? Mit Igor meinst du? Ja, also das ist ja so unfassbar erfolgreich. Echt, keine Ahnung. Ja. Also da bist du echt mehr drin als ich, muss ich sagen. Also ich sehe das nur irgendwie auf Instagram oder so, wie die ganzen Amerikaner wieder in den ganzen Talkshows unterwegs sind und so. Und wie halt wirklich auch Leute, die den vorher halt nicht gehört haben, das richtig geil finden. Und ich gönne ihm das halt auch so. Voll. Das ist halt einfach nur gute Musik. Ja, ne, voll. Das hat er sich echt verdient. Und ich würde sagen, wir bleiben bei Musik und gehen jetzt in unsere Haupt-Topic für heute rüber. Die Sendung heute wird nicht so lang wie die letzte. Die ist ja ein bisschen aus den Nähten geplatzt. Wir waren bei Slipknot vor zwei Wochen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufzeichnen, vor ziemlich genau zwei Wochen. Ja, wir haben uns das irgendwie vorgenommen, schon seit drei Jahren ungefähr, glaube ich. Dass wir das nächste Mal zum Slipknot-Konzert gehen, wenn sie mal in Deutschland spielen. Und wir haben sie gesehen in der Red Bull Arena in Leipzig. Und ich glaube, ich kann gutes Gewissen sagen, dass es ziemlich geil war, oder? Also ich kann das nur bestätigen. Man müsste vielleicht noch so als Hintergrund wissen, dass du ja schon deutlich mehr Slipknot-Fan bist als ich. Ja, also ich höre ja auch recht viel Metal so in meiner Freizeit und so. Ja, genau. Und fand Slipknot schon damals geil, als die Psychosocial rausgebracht haben. Das war 2008, glaube ich. Und da bin ich das erste Mal auf die aufmerksam geworden. Hab die dann aber irgendwann vergessen. Und hab halt vor drei Jahren wieder angefangen, die aktiv zu hören. Und hab dich da so ein bisschen mit reingezogen eigentlich. Ja, genau. Und ich muss, also ich kannte halt, ich glaube, drei oder vier Songs wirklich von denen. Und mehr halt nicht. Und eigentlich ist das auch so gar nicht meine Musikrichtung, ne? Ja. Aber das Konzert war unfassbar geil. Da kann ich gar nichts gegen sagen, so. Aber was die für eine Stimmung gemacht haben, was die da aufgebaut haben auf der Bühne, wie die ausgerastet sind, wie die das überlebt haben. Also man muss sich verforschen. Die letzten Wochen sind ja relativ heiß in Deutschland. Ja, ja. Und das war in der geschlossenen Halle. Ja. Weil, ich weiß nicht, draußen waren es über 30 Grad auf jeden Fall, glaube ich, in Leipzig. Ja, 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 auf jeden Fall. Das war wirklich warm, den Tag. Und in der Halle dann locker 35 Grad oder so richtig schwül. Ich glaube, wie viele Leute waren da? Über 10.000, glaube ich, ne? Das weiß ich jetzt nicht, aber es war gut voll und gut eng auf jeden Fall in der Halle. Ja, also halt so stickige Luft, schön schwitzig. Wie das halt beim Konzert im Sommer normalerweise so ist. Wie das sein muss bei so einem Konzert auf jeden Fall. Ey. Also ja, bei dem Konzert auf jeden Fall, ja. Und da kommen die da auf der Bühne in schwarzen Overalls, in ihren Masken und ziehen da anderthalb Stunden, also ungefähr. Ja, doch schon, das kommt schon gut hin. Ihre Show da ab und was das für eine Show war. Und die überleben das. Also ich bin unten in der Menge schon fast, also das war schon so ekelhaft warm. Ja, das war echt was. Wie die das machen und wie die das so oft machen, ne? Die machen das jetzt nicht nur einmal im Jahr oder so. Die machen das wahrscheinlich alle zwei Wochen oder so. Das war schon beeindruckend. Ja, ich glaube, die machen das, wenn die auf Tour sind, jeden zweiten Tag sowas. Oder jeden dritten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, vor allem, die haben ja auch nicht mal irgendwie ihre Ärmel hochgekrempelt oder so. Ich glaube, nur der eine schlagt mich jetzt nicht, wenn es der Bassist war, aber der Bassist oder der Gitarrist auf jeden Fall, der diese Schlitze am Mund in der Maske drin hat. Ich weiß auch die Namen von denen allen nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So sehr stecke ich da auch nicht bei Slipknot drin. Ich weiß nur, Corey Taylor ist der Liedsänger. So. Mehr weiß ich nicht. Aber jedenfalls, der Dude war der Einzige, der seine Ärmel hochgekrempelt hatte. Und alle anderen echt in kompletter Montur von oben bis unten zu. Einige mit Kapuze auf sogar noch. Also es ist ja noch mal schlimmer dann. Alter, und dann noch diese teilweise wirklich hauteng anliegenden Masken auf. Das ist sehr, sehr insane. Aber vielleicht kannst du ja erst mal erklären, wenn das eigentlich gar nicht so deine Musikrichtung ist. Wieso bist du dann, oder wieso habe ich das geschafft, dich zu dem Konzert mitzukriegen? Ich weiß nicht, also bei uns, also weswegen du mir überhaupt Slipknot schmackhaft gemacht hast vor ein paar Jahren, war ja irgendwie, dass wir immer feiern gegangen sind zusammen. Und wenn wir dann vom Feiern gehen zurückgekommen sind, so um 4.00 Uhr, 5.00 Uhr morgens und eigentlich komplett im Arsch waren, haben wir uns so, und das ist jetzt kein Scheiß, um ein bisschen runterzukommen, erst mal Slipknot-Videos angeguckt. Ja, und eigentlich habe ich das auch immer nur angemacht, um dich irgendwie ein bisschen abzufucken, aber anscheinend hat dir das gefallen. Ja, also beim ersten Mal dachte ich mir auch noch so, weil ich das damals ja auch noch gar nicht kannte und ich gucke das so, gucke mir das Video an, wie da irgendwie der Rabe dem einen Typen die Augen auspickt oder was das war und ich denke so, was ist hier eigentlich los? Aber irgendwie gewöhnst du dich dann halt dran und die haben ja auch teilweise sehr melodische Songs, also das ist ja nicht nur rumgeschreie, so, was man jetzt denken könnte für die Leute, die kein Metal hören, so wie ich. Ja. Und ja, und dann wurde das halt gefühlt bei uns so ein Meme, dass man sich halt nach dem Feiern gehen, erst mal um ein bisschen klarzukommen, Slipknot angeguckt hat. Ja, ist echt so, oder? Und man muss ja auch sagen, die Videos haben ja auch schon echt künstlerischen Anspruch, so, ne, auch wenn die teils sehr durch sind und krasse Szenen haben und so, aber da steckt da schon noch was hinter in den Videos, so ist ja nicht. Die haben auf jeden Fall Bock auf Videos, also das merkt man auf jeden Fall. Ja, ja. So, und dann, weiß ich nicht, das haben wir halt sehr lange gemacht, also locker zwei Jahre, fast jedes Mal, bevor wir Fein gekommen sind, das erst mal geguckt und ja, und dann bin ich, ich glaube, ich glaube, da habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt, in der von Hamburg und da hast du mir irgendwann geschrieben, ja, Daniel, Slipknot spielt nächstes Jahr in Leipzig. So, und wir hatten irgendwie mal gesagt, ja, also wenn Slipknot noch einmal nach Deutschland kommt, dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Ja. So, eigentlich nur so aus Jux, also ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ey, ich kenne drei Lieder von denen, warum soll ich da hingehen? Ja. Und dann hast du mir das so geschrieben, ja, komm, wie oft sind die noch da? Und dann dachte ich mir so, ja, also ich meine, stell dir vor, du kannst ja auf die Visitenkarte schreiben, du hast Slipknot live gesehen. Ja, und dann sind wir da halt einfach hin. So einfach ist das. Ja, aber eigentlich ist es, also selbst, glaube ich, wenn man die Mucke nicht mag, allein für die Show und also für alles drumrum und das Feeling dabei lohnt sich das halt voll, finde ich. Ja, und ich weiß noch, ich hatte vorhin ein bisschen, ein bisschen Schiss davor, weil wie gesagt, ich höre eigentlich kein Metal oder halt Rock oder ähnliches. Ich glaube, Linkin Park ist so das Einzige in die Richtung noch so, was du hörst, oder? Ja, Green Day halt teilweise auch, wobei Green Day halt, ne? Ja, ist kein Metal auf jeden Fall. Genau. Oder so punkiges Zeug, ja. Ja, also früher habe ich auch eine Race Against und so gehört, aber inzwischen halt nicht mehr, inzwischen höre ich Ed Sheeran. Äh, das war mein Ernst. Neon of... Ne, auf jeden Fall hatte ich halt vorhin so ein bisschen Schiss, wo ich mir dachte, ja, so Metal-Typen, die moschen doch richtig hart, die hauen sich auf die Fresse, ich kenne nur irgendwie Wacken, da sind ja alle dreckig, schlammig, Bluten und irgendwie so. Stinken. Da hat so ein bisschen Schiss. Und dann kommen wir da halt so an, also bei der Arena, holen uns noch ein Bier und da war schon gut voll. Und da habe ich erst mal gemerkt, Alter, das sind alles unfassbar nette Leute. Ja. Also wirklich. Ja. So, da waren gefühlt bei deutlich entspannteren Acts, was man denken könnte, deutlich mehr Arschlöcher da. So, und auch als ich dann während des Konzerts halt unten stand, war da halt bei mir gar nichts mit morschen. Also ich weiß, du standest weiter vorne, da wurde, glaube ich, so weit es ging gemorscht, weil das so eng war. Ähm, ja, ja, also ich bin ja dann irgendwie bei dem ersten Song recht weit reingesprungen schon. Ähm, muss aber eigentlich sagen, es war so eng, so viel mit Moschen war da gar nicht. Ja. Ähm, und ich stand dann eigentlich so dritte, vierte Reihe, ziemlich konstant, also wirklich sehr weit vorne. Und, Alter, ich bin auf jeden Fall auch fast gestorben da vorne, weil das war so ein hin und her Gedrücke und Gepresse und musste teilweise wirklich mich nach oben strecken, um Luft zu kriegen, so. Aber hat sich trotzdem gelohnt, total. Ja, genau. Und ich stand, glaube ich, auch, ich glaube, so zehn Meter weiter hinten, von dir aus gesehen. Ja. Und, also bei mir war das halt alles entspannt, da haben die halt so ein bisschen getanzt zu der Musik, äh, aber die waren da irgendwie alle nicht so aggressiv, also was ich halt vorher dachte oder so, da wurde nicht überall gemorscht oder so. Ja. Deswegen, das war halt einfach nur, das war halt ein richtig entspanntes Konzert tatsächlich. Mhm. Also für mich. Nee, muss ich auch sagen, und, äh, das war auch deutlich entspannter als das Die Antwort-Konzert, also weil ich ja direkt die Woche davor bei Die Antwort war. Ähm. Und, wie gesagt, wenn Truffi smoschen, ist das nochmal ein anderer Schnack so. Ja. Kennst du ja von, äh, na, Tommy Cash, als wir da waren, den haben wir auch bei Meld gesehen. Äh, das geht nochmal anders zur Sache auf jeden Fall. Nee, also muss ich auch sagen, das ging echt alles sehr, sehr gediegen eigentlich zu. Ja. Ja. Ich weiß nur noch, das Einzige, wo ich aggressive Stimmung wirklich mitbekomme, was auch richtig dämlich war, das war dann irgendwie nach dem Konzert, als man die, die Bierbecher zurückbringen wollte, weil die, ich glaube, einen Pfand hatten. Ja. Ein Euro Pfand. Einen Pfand, bitte. Ja, und dann steht da halt irgendwie so, so ein Typ vor mir, und dann kommt ein anderer Typ, der sich wohl vorgedrängelt hat, und dann ging es halt doch, äh, hast du mich gerade vorgedrängelt? Nee, du hast dich vorgedrängelt. Ist das Alter. Weil die halt auch schon gut einen im Tee hatten. Ja. Und ich denke mir so, ey, der hat drei Becher, du hast zwei Becher, selbst wenn. Das dauert 30 Sekunden. Ist echt so, oder? So, und dann keifen die sich da an und fangen sich da fast an zu prügeln, und ich stehe so dahinter und denke mir so, oh, ey, Leute, muss das sein. Ihr hört doch die gleiche Musik, ihr seid doch aus den gleichen Gründen hier. Ist echt so alt. Warum muss man sich jetzt so ankeifen? Ja. Aber, aber ansonsten war es in der Menge entspannt. Das einzig Eklige war die Wärme und der Schweiß, aber da kommst du halt nicht drum rum. Nee, das stimmt. Aber ey, und wie gesagt, man als Publikum hat man da gar nichts zu meckern, ne? Wenn man sich den Künstler anguckt. Ja, also das und halt die Show, die die da abziehen, ne? Vor allem das Ding ist, das hat ja nicht mal gereicht, dass es von sich aus so warm in der Halle war. Dann haben die dann einen Flammenwehr fest stehen und ballern da. Ja, okay. Gefühlt alle 30 Sekunden bei ihm noch so kleinen Schlag aufs Schlagzeug, hauen die da erstmal eine Tonne Feuergas in die Halle. Aber Alter, so gehört sich das. Die selbst ich 20 Meter von den eigentlichen Flammenwäldern wegstehend sogar die Hitzewelle noch spüre, wo ich bedenke, wie überleben die das auf der Bühne? Ja. Die kriegen das in den Nacken. Ja, Mann. Das ist echt krass. Gab's für dich so Highlight-Songs, was sie so gespielt haben? Ja, die ich kannte. Ja, welche sind das denn? Also, Duality war sehr geil. Ja, auf jeden. Das ging richtig ab. Das war richtig gut. Genau. Aber ich habe auch gemerkt, dass da die meisten Leute drauf abgegangen sind, also auf die Songs, die ich auch kannte. Ja, das sind halt auch so die Mainstream-Mixen. Also, es ist ja immer so bei Konzerten, dass bei denen dann der Rappel am größten ist, auch so bei den Leuten. Genau. Also, Duality, Before I Forget, weiß ich noch. Oh ja. Und Devil in I fand ich richtig geil. Genau. Und Psychosocial war dann, glaube ich, das Letzte, was ich da noch kannte. Aber die waren auf jeden Fall alle richtig geil. Ja, und ich glaube, bei einem von den Letzten oder so, wo sich da alle hingesetzt haben und auf einmal alle wieder hochgesprungen sind, Alter, das ging auch richtig gut ab. Ich glaube, bei Spit It Out oder so war das, glaube ich. Also, da habe ich auf jeden Fall meine Kniescheibe gespürt. Ja, das war ganz witzig, weil hinter mir saß so einer. Ja, und mein Fuß war so unter seinem Arsch, so, ne, könnte man sagen. Und der tippt mir nur so auf die Schulter und meint so, Alter, Digga, wenn du hochspringst, dann pass mal bitte auf, weil dein Fuß ist gerade gefährlich nah an meinen Eiern dran. Und ich so, ja, ja, alles gut, ich lasse dich zuerst hochspringen und springe dann hinterher. Ja, aber ich muss auch sagen, also, was mich so showmäßig echt beeindruckt hat, die hatten ja so wie zwei Bühnen aufgebaut, kann man sagen. Also, so die normale Bühne, die du so gesehen hast aus dem Publikum und dann da drüber war ja nochmal eine Erhöhung. Und da waren so, so Laufbänder drauf. Ähm, und die hast du ja aber gar nicht wirklich gesehen von uns aus, sondern das hast du erst gecheckt, als die dann da hochgeklettert sind und dann sind die so auf der Stelle gelaufen. Das fand ich, sah so geil aus irgendwie, weil du halt diese Laufbänder gar nicht gesehen hast. Ja, voll, die waren auch alles halb Stunden einfach nur die ganze Zeit in Bewegung, also jeder einzelne. Ja, ja, stimmt. Und die ganze Zeit immer am Rumrennen, da hatte eigentlich der hier mit den, mit den großen Nägeln in der Maske, der hatte es da noch am angenehmsten. Aber auch der, der hatte ja die ganze Zeit einfach nur immer Kopf runter und nach oben wieder und so. Der, also ich glaube, der macht ja da irgendwie am DJ-Pult oder so. Ich habe das nicht genau gesehen, was er da für ein Instrument hatte. Aber auch der war nur in Bewegung die ganze Zeit. Ja, also die hatten auf jeden Fall richtig Bock. Die hatten richtig Bock. Das war schon geil. Ja, Mann, und dann, äh, dann hatten die ja zwei von diesen, ja, ich weiß nicht, es sind keine Steel Drums, glaube ich. Aber es sind so Metallkuppeln, auf die die auf jeden Fall so raufhauen. Ich weiß nicht, ob man das Steel Drum nennt. Jedenfalls links und rechts einer, die die ganze Zeit einfach nur am Ausrasten die ganze Zeit auf diese Dinger einhämmern. Und dann, ohne Scheiß, das muss so einen Spaß machen, ne. Ich habe die sehr beneidet, die Leute. Ähm, und unter dem, unter dieser einen Drum hing ja so ein riesiges Alufass an so einer Eisenkette. Und ich fand das einfach so geil, wie die teilweise einfach nur komplett am Ausrasten sich so einen Alu-Baseballschläger nehmen und gegen dieses Fass donnern. Alter, das muss so Bock machen, auf der Bühne da so komplett durchzudrehen und so komplett Frontalgas zu geben, ey. Und das allerbeste war ja noch, wie die dann ganz zum Schluss von der Show diesen Alu-Schläger auch noch angezündet haben. Und mit dem brennenden Alu-Schläger gegen dieses Fass donnern. Weißt du, und genau sowas habe ich mir erhofft von dem Konzert. Und ich wurde da wirklich in keinster Weise irgendwie enttäuscht. Das war richtig, richtig Sahne. Ja, selbst ich muss sagen, ich hatte unfassbar viel Spaß. Ja, und dann ist man mit einem ziemlichen Gehörsturz auf jeden Fall rausgegangen. Obwohl es ging eigentlich. Also ich hatte echt schon schlimmere, schlimmere Konzerte, wo ich gar nichts mehr gehört habe danach. Also können wir empfehlen. Ja, das war sehr, sehr geil. Das war das Konzert. Aber. Oh nee. Doch. Da ging ja der Abend für uns eigentlich erst los. Und wir erzählen das jetzt einfach noch. Es wird dann ja aber doch ein langer Podcast. Naja, wir müssen ja nicht so sehr ins Detail gehen. Aber der Abend war. Du könntest ja bei dem Tag belassen. Jaja, der Abend war sehr, sehr abfuck auf jeden Fall. Weil wie gesagt, das Konzert war in Leipzig. Ich komme ja aus der Nähe von Leipzig. Ich wohne zur Zeit in Merseburg. Ist ja alles kein Ding. Daniel ist aus Rostock angefahren. War auch alles schön und gut. Und wir haben schon gelesen bei der Veranstaltung, man sollte möglichst keine Sachen mitbringen. Wir haben gedacht, naja gut, okay, wenn es keine Garderobe gibt oder so. Weiß ja nicht. Wenn du dann da stehst und hast Sachen, ist blöd. Und dann haben wir unsere Sachen beim Hauptbahnhof eingeschlossen im Schließfach. Dachten wir, ja, da kann ja nichts passieren. Und das ist alles so mit elektronischen Schließfächern zur Zeit. Und dann kriegst du da so einen Code ausgedruckt. Haben wir mitgenommen, alles gut. Und dann ziemlich genau 0 Uhr. Waren wir dann wieder auf dem Hauptbahnhof. Der letzte Zug fuhr irgendwie 0.10 Uhr oder so nach Merseburg. Ja. Und dann versuchen wir da unsere Sachen wieder zu holen. Ja, und dann erkennt das Schließfach halt einfach den Code nicht. Und dann geben wir den Code ein und dann erkennt das Schließfach auch den Code nicht. Ja, und dann war es 0.10 Uhr und dann ist der Zug abgefahren. Ja, und wir hatten eine richtig coole Laune. Ja, und dann standen wir da. Zum Glück nicht alleine. Aber ich weiß noch, wo wir dann erstmal überlegt haben, okay, es ist jetzt spät. Wir kommen hier safe nicht mehr weg. Ja. Also für den Abend. Ja. Aber wir hätten ja trotzdem gerne unsere Sachen. Ja. Gucken wir mal, ob hier noch irgendjemand arbeitet. Und der komplette Hauptbahnhof in Leipzig war leer. Da war kein einziger Mitarbeiter. Was ja der größte Kopfbahnhof Europas ist, um das nochmal zu betonen. So, da war keiner mehr von der Deutschen Bahn, kein Sicherheitsangestellter. Nirgendwo war irgendjemand zu sehen. So, ich weiß noch, wir stehen da so und denken, also ich meine, halb eins ist jetzt auch nicht so unfassbar spät. Ja. Das war ein Montagabend. Montag, ja. Also, da war ich enttäuscht. Ja. Also wir hatten Glück, dass wir noch Gesellschaft hatten, weil da waren noch ein paar Dudes. Die waren auch auf dem Konzert. Die, richtig geil, von denen fuhr irgendwie erst der Bus am nächsten Tag um 5 Uhr morgens zurück nach Berlin. Und die hatten sich einfach mal ein Kasten Carlsberg Bier im Schließfach eingebunkert für nach dem Konzert, wenn sie die Stunden auf den Zug warten müssen. Richtig gute Aktion. Ja, mit denen konnten wir dann noch ein bisschen rumsetzen, ein bisschen Bier trinken und so. Ja, und das Ende von Lied war, dass wir dann irgendwie bis nächsten Morgen 8 Uhr irgendwie die Zeit rumkriegen mussten, weil dann der Infopoint wieder aufgemacht hat. Ja, und dann haben wir halt bei einem Kumpel von uns gepennt so. Und dann sind wir nächsten Morgen 8 Uhr zu dem Infopointer gegangen. Und dann meinte er erstmal hier, ja, nee, das kann ja nicht sein, dass der Automator einen falschen Zettel ausdrückt. Das geht ja gar nicht. Das macht er ja gar nicht. Der drückt ihn ja die richtige Nummer aus. Und wir so, ja, ja, nee, ist klar. Aber sonst würden wir jetzt nicht hier stehen. Danke sehr. Weil da kommst du schon ein bisschen verarscht vor in dem Moment so. Ähm, und dann meinte er erstmal großspürig, ja, nee, ich kann das ja jetzt nicht einfach aufmachen, weil es kann ja hier jeder ankommen mit so einem Zettel. Und ich meinte so, ja, ja, aber das ist mein Personalausweis drin. Also, das ist ja wohl Beweis genug, dass das wirklich unsere Sachen sind. Ja, nee, aber das kann ich nicht einfach machen. Dann muss ich erstmal den Sicherheitsdienst rufen. Dann müssen sie erstmal erzählen, was da drin ist. Dann müssen wir erstmal ein Protokoll schreiben und dann kostet sie das auch nur 30 Euro. Und dann hast du erstmal richtig Lust auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, da waren wir halt so, ja, komm, scheiß drauf auf die 30 Euro und so. Wir wollen jetzt einfach nur unsere Sachen. Wir wollen auch irgendwie mal, man muss sich das im Kopf, weil wir haben halt, wir kamen vom Konzert, von einem Slipknot-Konzert und waren halt bis dato komplett umgewaschen, ungeduscht, in denselben Klamotten steckend. Alter, wir müssen so hart gestunken haben, ne? So, das heißt, wir waren dann wirklich so, ist uns alles scheißegal, wie lange das dauert, wie viel das kostet, wir wollen nur an unsere Sachen. Und dann fragt halt der Bahn-Typ da wirklich, ja, zu wann wollen sie das denn dann machen? Wir gucken uns dann so, naja, zu jetzt, wir wollen halt an unsere Sachen ran. Alter, das war so ein Otto irgendwie. Ja, voll, ich hab halt nicht verstanden, was hat er denn erwartet, dass wir nächste Woche nochmal wiederkommen, dass, hä? Ja, auf jeden Fall, ja, dann müsste ich jetzt den Sicherheitschef dann rufen. Oder den Sicherheitsleute. Alter, ohne Scheiß, da dachte ich schon so, dass das jetzt irgendwie nochmal anderthalb Stunden dauert, bis der Sicherheitsdienst auftaucht. Ja, und was das im Endeffekt war. Steht so auf, schnippt so. Ey, Leute, könnt ihr mal kurz kommen? Brüllt er so halb über den Bahnhof. Dann gehen wir da so runter. Dann so schön macht er das Fach da auf. Das war auch so lächerlich, der großspurig vorerzählt, ja, ich kann das nicht einfach aufmachen. Der konnte das ganz einfach aufmachen. Der hätte nur keinen Bock. So, der hätte keinen Bock um 8 Uhr, dass da irgendwelche stinkenden, hässlichen Studenten ankommen oder irgendwas aus dem Schließfach haben wollen. Ja, aber ich mein, es war ja wirklich einfach nicht unsere Schuld dafür. Also, wenn ich richtig arschig gewesen wäre, hätte ich auch richtig mit dem diskutiert eigentlich, was wir jetzt dafür 30 Euro bezahlen, dass er uns das aufschließt, weil da kann man mir nicht erzählen, dass das so ein personeller Aufwand war für die drei Minuten, die wir da saßen. Der hätte auch wirklich einfach aufschließen können, sagen können, ja, okay, das ist wirklich dein Personalausweis. Das ist deine Tasche und gut ist. Aber, deutsche Bahn, ich mein. Ey. Ja, und dann schließt er das dann da halt auf, das hat so 10 Sekunden gedauert. Ich dachte, das dauert eine Stunde, weil er sich da erstmal reinhacken muss oder so. Ja. Macht er das so auf, wir stehen da halt so zu 5, also wir beide, der, der das aufgemacht hat und zwei Leute vom Sicherheitspersonal. Ja, die können das auch schon gar nicht ernst nehmen, ey. Ja, und dann kriegst du so seine Tasche, holst du den Personalausweis raus, ja, hier, das bin ich, ja, okay, also Identität bestätigt so. Ja. Du hast ein Protokoll unterschrieben, wir haben die 30 Euro bezahlt, haut er das Fach wieder zu und ich stehe da so, Entschuldigung, meine Tasche ist da noch drin. Alter. Die haben sie noch gar nicht rausgeholt. Halt. Oh Mann. Ey, und dann irgendwie noch einen dummen Spruch dann vom Sicherheitspersonal, ja, das kostet dann aber nochmal 30 Euro, wenn wir das aufmachen sollen. Der ist in Retrospektive sehr geil eigentlich, der Spruch. Ja, ich fand in dem Moment prinzipiell auch eigentlich lustig, aber der Moment war halt einfach nur, wie gesagt, du hast kaum geschlafen, du stinkst, du hast dich nicht gewaschen, 10 Minuten. Und wir waren einfach auch körperlich sehr, sehr fertig schon. Ja, und wir wollten halt wirklich nur nach Hause. Ja. So, und du hattest ja sogar noch was bei der Uni, das heißt, du hattest ja auch noch in gewisser Weise Zeitdruck. Ja, ja. Nee, das war nicht so schön. Also es hat dann im Endeffekt nicht nochmal 30 Euro gekostet und wir haben dann auch unsere Sachen bekommen und dann war auch eigentlich, da war halt eigentlich alles wieder mehr oder weniger gut. Ja. Also dann waren wir erstmal wieder glücklich, weil wir dann wirklich unsere Sachen hatten. Ja, und waren dann 10 Uhr morgens endlich in Merseburg. Ja. Und das Konzert war 23 Uhr nachts vorbei. Ha. Das war schön. Ja, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Oh, aber dann, also man muss was sagen, dann zu duschen. Ja. Also das kommt einer Wiedergeburt gleich. Ja. Das ist einfach nur schön. Das ist, ja, nee, das ist wirklich Garten Eden eigentlich, dann in die Dusche zu steigen, das ist echt der Hammer. Also ich hab mich halt wirklich gefühlt, als wäre ich drei Tage auf dem Festival gewesen. Ja, also körperlich auf jeden Fall total. Vom Abfucklevel so. Und vom Geruch. Ja. Also ich so. Und so im Kopf auch, ne? Also komplett durch gewesen, ey. Da fasst du auch keinen klaren Gedanken mehr. Ich glaub, wir haben im Endeffekt ja wirklich von Montag auf Dienstag nach dem Konzert, ich glaub, zwei Stunden geschlafen. Ja, das war auf jeden Fall nicht sonderlich viel. Ey, du bist halt so kaputt, ne? Ja, Mann. Alter, und ich saß dann in der Hochschule da, wir haben die Live-Sendung gefahren, Alter, bei mir ging gar nichts mehr, Alter. Ja, ich konnte mich Gott sei Dank ein bisschen entspannen, hab schön bei dir rumgelegen, ein bisschen was gelesen, was getrunken. Ja, ein paar Bierchen. Ja, ja. Ja, aber das Pech hat ja nicht aufgehört, ne? Ey, das fing gerade erst an. Ja. Du wolltest ja dann zurück nach Rostock, ne? Ja, genau. Und ich hatte mir vorher ein Ticket für einen Flixbus gekauft, der 16 Uhr am Leipziger Top-Up fahren sollte, beziehungsweise auch ist. Und ich hatte mir einen Bus rausgesucht, mit dem ich dann von deinem Wohnort nach Leipzig komme und ich wäre so, 15 Minuten bevor mein Flixbus abgefahren ist, sollte ich ursprünglich ankommen. Also 15 Minuten locker Zeit gehabt, dann da hinzugehen. Perfekte Zeit eigentlich, um ganz entspannt zu machen, so, ne? Ja. Kann zwischendurch sogar einfach nochmal richtig chillig aufs Klo gehen oder so, dir was zu essen holen, alles gut. Ja. So, und dann kommt der Bus dann halt pünktlich. Ich fahre dann so los und ich glaube, ich war schon eine Stunde mit dem Bus dann unterwegs. Also ich wäre normalerweise schon eine Stunde mit dem Bus unterwegs gewesen. Ja. Aber ich merke dann irgendwann so, okay, wir stehen gerade extrem lange, locker schon seit 10 Minuten. Ja. Standen wir da irgendwie schön im Stau oder so. Und dann stehen wir da halt noch länger und ich merke langsam schon, fuck, das wird langsam echt knapp mit meinem Bus. Weil der wartet ja nicht auf mich. Ja, ja. So. Ja, und dann hatte ich im Endeffekt dann schön 5 Minuten, also ich bin 5 Minuten nach 4 dann angekommen, also quasi 20 Minuten zu spät mit dem Bus. Alter, das ist so unfassbar, ne? Und bin wirklich aus dem Bus raus gesprintet und hab in der Ferne noch einen Bus wegfahren sehen, einen Flixbus. Scheiße. Und dachte mir in dem Moment schon so, wenn der das jetzt war, dann fang ich an zu heulen. Dann kotze ich im Strahl. Und dann sprinte ich dann so zum Zopp und sehe schon, okay, hier steht gerade auch kein anderer Bus. Also wenn mein Bus nicht 10 Minuten Verspätung hatte, dann bin ich jetzt ganz schön am Arsch. Ja. Und das warst du auch. Ja. Und dann war das halt schön mit dem Bus, der weggefahren ist und dann hatte ich halt geguckt, okay, wann fährt denn der Nächste? Ja, okay, in 3 Stunden. Alter. Das heißt, ich musste dann 3 Stunden alleine am Leipziger Hauptbahnhof erstmal rumkriegen, was ja zugegebenermaßen nicht so das Problem war. Das kriegt man schon irgendwie hin. Ja, ich meine, da gibt's ja auch, das ist geil ist ja, da gibt's ja auch genug Geschäfte und alles so, ne? Ja, also da ist ja sogar ein Saturn drin. Da kannst du noch Blu-rays kaufen, wenn du Bock hast. Ja, geil. Genau, da hab ich da halt 3 Stunden gewartet, was gegessen, was getrunken. Dann ist mein Bus, mit dem ich ursprünglich 16 Uhr nach Rostock fahren sollte, halb 8 in Leipzig losgefahren. Boah, Junge. Ich war dann halb 10 in Berlin. Und das Lustige ist, ich bin mit meinem zweiten Bus in Berlin angekommen, als ich eigentlich mit meinem ersten Bus in Rostock hätte ankommen sollen. Alter, das ist so abfuckend, das kannst du keinem erzählen. Ich bin dann halb 10 angekommen, musste da 2,5 Stunden warten auf meinen Anschlussbus. Der ist dann halb 12 gekommen, an einem Dienstagabend, halb 12, dann schön mit dem Flixbus 3 Stunden nach Rostock gefahren, halb 3 in Rostock angekommen. Eine halbe Stunde nach Hause gelaufen, noch was gegessen, und irgendwie schön Viertel nach 3 schlafen gegangen. Und deinen nächsten Tag schön zur Uni, oder was? Ja, schön, 8 Uhr raus, schönes Seminar. Alter, da geht doch gar nichts mehr im Kopf, oder? Ey, ich weiß doch, als ich dann wirklich hier in Rostock angekommen bin, in meiner Wohnung, ey, ich hab auch einfach nur 3 Kreuze gemacht, ne? Ja, da bist du wahrscheinlich an 2 Tagen 3 Jahre älter geworden. Also gefühlt. Also das war einfach nur, ne, es war nicht lustig, es war einfach nur absolut beschissen. Ja, man, ne, also die 2 Tage wurden wir beide echt von Pech verfolgt, so. Mir ist dann, mir ist den Abend nämlich auch nochmal was passiert mit dem Verkehrsbetrieb, was nicht so schön war. Und, also wir haben ja noch nicht alles erzählt, aber zum Beispiel unser Weg vom Leipziger Hauptbahnhof bis zu unserem Kumpel, wo wir gepennt haben, Alter, das war auch nochmal eine reine Odyssee auf jeden Fall. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und glaube ich auch gar nicht so interessant sein für euch, aber... Ja, das war alles witzig auf jeden Fall. Im Nachhinein, ja. Ja, im Nachhinein war das alles sehr witzig. Wir haben jetzt gut was zu erzählen. Ja, aber das war eigentlich so das Slipknot-Konzert und das war... Das vergisst man immer, also ich vergiss das immer, was eigentlich mit der Geschichte zusammenhängt. Ja. Dass wir auf einem Konzert waren. Aber das ist immer schön, sich das mal so von der Seele zu reden und vielleicht hattet ihr auch mal ein bisschen Spaß dabei, wenn wir jetzt nicht nur über Filme labern. Ja, und eigentlich, eigentlich war das, ist das die Ausgabe. Also, ich hab nicht noch mehr auf dem Zettel, worüber wir so labern können. Nächste Woche dann. Äh, vielleicht schaffen wir es ja zu gucken. Was heißt nächste Woche, aber zur nächsten Ausgabe. Vielleicht schaffen wir es ja zu gucken, äh, hier Too Old, Too Die Young uns mal reinzuziehen. Ähm, ja, also vielleicht schnacken wir darüber oder halt über was anderes. Gucken wir mal. Ja. Genau. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Leute, am 16. Juli kommt das neue Ed Sheeran-Album raus, dann müsst ihr drauf gespannt sein. Wuhu! Wuhu! Hä, da ist ein Song mit 50 Cent. Und Eminem drauf. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was das für eine Kombo ist. Eminem, 50 Cent und Ed Sheeran. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Eminem und Ed Sheeran im gleichen Track sind. Ja, aber der Song war scheiße. Ey, das hast du jetzt gesagt. Ja, aber der ist auch scheiße. Also ganz objektiv betrachtet. Ja. Auf jeden. Gut, Leute. Dann danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.